Moin Freunde und Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu dem nächsten Tutorial, ja und wie ihr seht geht es heute um die Bahnhofsvorfelder, ja da haben mich ja einige angeschrieben im letzten Tutorial, ist ja auch schon wieder zwei Wochen her, leider, sag ich mal, ist ja schon über zwei Wochen her, ja und da habt ihr mich angeschrieben, ja kannst du nicht mal so ein kleines Tutorial machen über so ein etwas größeren oder so über ein bisschen größeren Bahnhofsvorfeld, wie gesagt, kein Problem, mache ich, ja, ich bin jetzt noch nicht ingame, weil ich möchte euch jetzt erstmal die Mods zeigen, die ich jetzt in diesem Let's Play oder nicht Let's Play, das ist ja ein Tutorial verwende und ja, da sind jetzt nicht irgendwelche Standardbahnhöfe drin, wie ich sage jetzt mal den Dresdner oder der Liege, ja, die habe ich jetzt mal rausgelassen, auch hier den modernen Bahnhof, sondern ich möchte euch mal ein bisschen auch andere Bahnhöfe zeigen, die jetzt von der Grundstruktur von Drain Fever oder Transport Fever weggehen, dann haben wir hier einmal den Bahnhof ohne Außenbahnsteig, verwende ich zur Zeit sehr oft auf meiner Map, gibt es auch im Realen sehr oft, habe ich gesehen, dann haben wir hier einmal den Bahnhof ohne Mittelbahnsteig, dann haben wir einmal die Complex Drain Stations, wo man auch zusammen mit dem oberirdischen Bahnhof auch einen Untergrundbahnhof bauen kann, oder das ist ja dann ein Bahnhof, was ich auch sehr empfehle, ist die Concrete Flying Junction und das wird uns einiges erleichtern, ja, da bin ich sehr dankbar, dass dieser Mod rauskam, ebenfalls auch die Elevated Stations, das heißt wir haben so gut wie alle Stations dabei, wir haben Underground dabei, wir haben, ja, eben dabei und wir haben auch Elevated, also hochgesetzt oder Hochbahnhöfe, wir haben auch die gebogenen Bahnhöfe dabei, ja, ich habe jetzt einfach mal jeden möglichen Bahnhof da mal reingeladen, dann, was ich auch ein sehr schöner Mod finde, ist, äh, der Bigger Drain Stations Mod von Klamann gibt es, glaube ich, zur Zeit nur im Forum und, ähm, der macht euch Bahnhofsgrößen von 40 Metern Unterschied, das heißt, da ist alles möglich, 40, 80, 120, 160, 200 und so weiter, äh, das aber leider nicht bei Bahnhof Mods, wie zum Beispiel hier Bahnhof ohne Außenbahnsteiger, ja, oder die Complex Train Stations, doch, die geht, glaube ich, auch, ähm, da diese Standardwerte von dem Vanilla benutzt, das heißt, das ist ja so ähnlich wie der Vanilla Bahnhof, ja, sieht man ja auch hier bei dem halt nicht, das ist ein selbst kreierter Mod, da geht das leider noch nicht, ja, aber was haben wir noch dabei, wir haben natürlich Kenji's moderner Bahnhof mit dabei, ähm, die Parallel Flight Junction Helper Module, habe ich jetzt einfach mal reingeladen, benutze ich aber eher selten, ja, muss ich dazu gestehen. Was ich sehr schön finde für den Schönbau sind die Brellböcke als Deko, ja, die wären einmal hier und natürlich auch als Depot, weil da kann man dann, ähm, Züge spornen lassen, sozusagen, und, ähm, man kann dann auch schön zügig abstellen, ohne dass da halt ein Depot dahinter ist, finde ich sehr schön. Dann sehr zu empfehlen ist natürlich der Schotterbett, was ich sehr viel verwende, die Wegpunktmodelle, ein Muss für jeden Schönbauer, die Signaltafeln habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil ich werde gleich auch noch, äh, den zweiten, äh, das zweite Tutorial aufnehmen, und, ja, ich kann das schon mal spoilern, da wird's um die Signalisierung, na, ne, eigentlich ja nicht, sondern um die Bedeutung der Signale verwenden, und zwar von den Train Fever Signalen, da es ja noch nicht so wirklich, äh, ja, ein deutsches Signalpack für Transportfever gibt. Was haben wir noch? Sloped Trainstations, sehr nützlich, habe ich des Öfteren auch schon verwendet. Die Spitzkehre, so ähnlich wie das Depot, bloß als Bahnhof. Der Standardbahnhof Plus, wie ihn den Tom so schön nennt, wie wir hier sehen, noch mit einem Durchfahrtsgleis, ja, oder des Weiteren, was da alles möglich ist, dann nehme ich natürlich meine Track Rules Plus mit rein, um das euch auch zu zeigen, weil ihr möchtet ja sehen, wie ich das mache, also, äh, lade ich mir die Track Rules Plus rein, und natürlich die Underground Multilevel Trainstations und die unsichtbaren Signale, Wegpunkte. Das wird, äh, sehr wichtig sein, da ich die normalen Wegpunkte sehr, sehr hässlich finde, und dann baue ich da lieber so einen unsichtbaren Wegpunkt hin, ist zwar ein bisschen schwieriger dann zu finden nachher für die Linie, aber, ja, ist kein Problem, und dann, ähm, ja, lade ich mal das Ganze, wir gehen mal wieder auf, ich würde mal sagen, wir gehen diesmal auf klein, eins, zwei, eins, ja, das lasse ich alles, und dann sind wir gleich uns hingehen. Ja, da befinden wir uns nun im Spiel, ja, ich habe jetzt hier mal eine kleine Karte geladen mit schönen eins, zwei, drei, sieben Städten, und sehr schön finde ich hier, wir haben die Stadt leer, genau in der Mitte, und da würde ich dann das Tutorial dann auch gerne machen, denn ich baue meinen Hauptbahnhof natürlich, äh, selbstverständlich immer in der zentralsten Stadt der Map, und das wäre halt in diesem Fall leer. So, und, ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, einen Bahnhof zu bauen, ja, mache ich mir schon mal gedanklich, ähm, ja, überlege ich mir schon, wie ich meine Strecken später laufen lassen möchte, ja, da ich, äh, auf jeden Fall weiß, dass ich zwischen Lütingenhausen, Leer und Hüfingen, hier wird nachher höchstwahrscheinlich dann die Strecke vierspurig verlaufen, ähm, ja, einfach für den Regional- und Fernverkehr, dann hätten wir noch, äh, ja, eine Strecke nach Hürth, eine Strecke nach Ritka, und, ähm, ja, wie gesagt, die einzelnen Strecken würden dann sich so abzweigen. Zudem mache ich mir auch immer gleich Gedanken, wie ich das mit den, oder grobe Gedanken, wie ich mir denn die Güter legen möchte. Ein Teil wäre jetzt natürlich, ich könnte sagen, hier oben ist Kohle, das ist jetzt am Berg, die könnte ich jetzt natürlich nach hierüber, äh, transportieren, gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja, also, wenn ich jetzt Schönbau betreiben, betreiben würde, würde ich jetzt dann eher, ja, gut, ich würde, äh, hauptsächlich Züge bauen, aber ich würde hier in Leer auf jeden Fall schon mal einen großen Bahnhof bauen, das wäre vielleicht jetzt in dem Fall mal der Neue hier, damit ich den auch mal sehe, ähm, ja, wir machen jetzt einfach mal, lass mich mal überlegen, wir haben hier vier Gleise, wir haben da sechs, acht Gleise, ja, ich würde jetzt einfach mal zehn Gleise nehmen, mit 320 Metern, so, da sehen wir ja schon mal, wir müssen hier was abreißen, ich habe jetzt nicht den No-Cost-Wand reingemacht, äh, aber im Normalfall schaut man natürlich, wo ist das Wohngebiet, aber es geht ja, wie gesagt, heute um das Bahnhofsvorfeld, also platziere ich mir hier erst mal den Bahnhof rein, so, jetzt haben wir hier unsere zehn Gleise, die sind nicht elektrisch, hochgeschwindigkeit, ne, das war's nicht, äh, Oberleitung, so, zudem könnten wir unsere Durchgangsgleise, ach du Scheiße, was passiert denn da, äh, da-du-du-du-du-du, da haben wir hier ein Durchfahrtsgleis, ok, das geht entweder nur da oder da, dann bauen wir das Ganze doch mal so und hinten machen wir auch eins. Zweiter Strahlenanschluss machen wir mal. Nein. Wie sieht das so aus? Oh, sieht auch nicht schlecht aus, ja. Was ist denn da? Das scheint hier ein Fehler des Weiteren zu sein, aber das wäre jetzt erstmal egal. Also wir hätten jetzt hier schon mal unsere erste Strecke und die meisten bauen ja dann zentral gegenüber noch einen kleinen Güterbahnhof, das können wir dann hier auch mal zeigen. Das wäre dann in diesem Fall so. Nicht, wie groß, wie lang ist denn der? Ah, 360. Ne. Wie groß bist du? 3,20. Hatten wir das nicht grad? Okay, der scheint etwas länger zu sein als 3,20 Meter. Ähm. Gut, ja. Habe ich jetzt noch nie gesehen, dass der Bahnhof da irgendwie länger ist, aber anscheinend gibt's so. Ja. Dann setzen wir hier einfach mal noch einen dreigleisigen Bahnhof hin. Was ich da immer gerne mache, ist, ich ziehe hier ein paralleles Gleis raus und, also so. Und dann können wir das hier so machen und dann können wir hier unseren dreigleisigen Bahnhof hinsetzen. So, das wäre jetzt mal die Ausgangslage für unseren Bahnhof. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, wir haben hier unseren Güterbereich und wir haben hier unseren Personenbereich. Ist ja logisch. Und mit dem Personenbereich müssen wir natürlich in jede Stadt kommen, also so würde ich jetzt anfangen. Und zudem wissen wir ja, dass wir eine Schnellfahrstrecke zwischen diesen zwei Städten haben möchten. Das heißt, die ja nicht hier in der Mitte hält. Dafür werden wir nachher hier dieses Durchgangsgleis nutzen. Das heißt, ich mache mir hier erstmal, wie gesagt, grobe Gedanken, wie dann das Ganze aussehen soll. Und dazu gucke ich mir jetzt einfach mal in dieser, ja, gucke ich mir jetzt einfach mal die Gleisverteilung im Bahnhof an. Wie folgt, wir haben hier jeweils zwei Doppelgleise, dann haben wir hier dieses Dreifachgleis, dann haben wir wieder ein Doppelgleis, dann haben wir hier hinten sozusagen den Güterbereich. Und da würde ich mich jetzt darauf zurückziehen, dass ich die zwei äußeren Gleise hier benutzen und dann würde für die Strecke von Aurich hierüber nach Lichtenau. Für dieses Gleis würde ich die Regiostrecke zwischen diesen zwei Städten hier nehmen. Dann für dieses Durchfahrtsgleis könnte man diese Schnellfahrstrecke nehmen und für dieses Gleis könnte man hier die Hürzstrecke nehmen bis hier nach Reda. Und für den Güterbereich ist ja dann logisch, da wo die halt die Güter dann hin sollen. Aber wie fangt man denn jetzt eigentlich an? Ähm, ja, ich nehme jetzt zum Beispiel nicht die Strecke hier hin, sondern die zwei nächstgelegenen Städte. Das wären ja in diesem Fall Hüfingen. Vielleicht auch Hürt, ja, aber wir nehmen jetzt mal die Strecke, die hier so quer durch den Bahnhof gehen würde. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da ist jetzt im Bahnhof fährt er jetzt 80, ja, für die Regiostrecke. Was ich auch immer empfehlen würde, ist im Bahnhofsvorfeld immer eben bauen. Das heißt einmal hier draufklicken, auch wenn dieser Pfeil hier eben aussieht, ja, die Bahnstrecke ist nicht ganz eben. Sondern da ja der Weg von da bis da annähernd eben ist, wird der Pfeil halt eben sein. Aber wenn ihr dann hier draufklickt, ist das wirklich plan eben. Da habt ihr dann nachher keine Knicke drin in euren Weichen, das sieht dann halt einfach besser aus. Das heißt, ich ziehe jetzt hier erstmal so eine gerade Strecke dahin. Die hier natürlich auch. So, das wäre jetzt mal der Anfang. Die würde dann natürlich hier weiter gehen mit, weiß ich, 120. Zack und zack. So, dann haben wir ja schon mal unsere ersten Schritte. Die Hochgeschwindigkeitsgleise oder die Hochgeschwindigkeitsstrecke kann man es ja auch nennen. Da können wir ja daran anschließen, diese drei Gleise. Und da würde ich mich dann wie folgt entschließen. Ähm, ich würde zwei Gleise hier lang führen und zwei Gleise nochmal hier hoch nach Würz, ja. Und das würde ich, ja, wie folgt bauen. Und zwar würde ich dieses Gleis hier nehmen für die Weiterfahrt hier rüber. Dann machen wir jetzt einfach mal 120, damit der Zug nicht so schnell durch den Bahnhof durchfährt. So, zack, zack. So, und jetzt kommt nämlich die kleine Schwierigkeit, die, ähm, ja, die da dazukommt. Und zwar muss man jetzt sozusagen drei Gleise aufteilen auf vier. So, und wie macht man das am besten? Man muss sich auf jeden Fall entscheiden, welche, also, welche zwei Gleise führen in eine Richtung. Weil, wenn man drei Gleise hat, führen immer zwei Gleise in eine Richtung und das andere Gleis führt natürlich dann in die andere Richtung. Was natürlich zur höheren Belastung des einen Gleises führt. Ja gut, es gibt im realen auch, habe ich jetzt öfters mal im Ruhrgebiet gesehen. Aber, gut, wenn sich die Leute da so für entscheiden, dann kann man auch nicht wirklich was machen für. Aber, man könnte jetzt sagen, man baut diese zwei Strecken hier und diese zwei Gleise. Und würde die parallel hier rumlegen. So, aber dann, hätte man ja dann spätestens eine Kreuzung, wenn dieses zweite Gleis hier rüber kommen würde. Dafür gibt's diese wunderbaren, wo sind sie denn? Diese hier. Sehr zu empfehlen. Und, ja, wie man die anschließt, das wissen ja die meisten. Aber ich kann sie dann auch nochmal kurz zeigen. So, ich würde jetzt vielleicht so 15 Grad nehmen. und würde mir jetzt erstmal überlegen, wie ich dann das legen würde. Und zwar hätte ich ja dann unten, Lower Tracks wären dann drei. Upper Tracks wären zwei. Das ist okay. Das wäre okay. Und das würde, grob gesagt, mal hierher kommen. Ich baue es jetzt einfach mal. Da wir aber, ja gut, man könnte jetzt sagen, wir bauen so hoch, mache ich aber im Normalfall nicht. Sondern ich beschümmel da ein bisschen. Und zwar setze ich das hier ein bisschen in die Erde rein. Weil dann muss diese Strecke hier oben nicht den kompletten Weg nach oben machen, sondern dann muss die halt bloß nur den halben Weg nach oben und die muss den halben Weg nach unten. Ja, dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber wir können sie einfach mal so bauen. Ich würde jetzt in diesem Fall noch auf die Geschwindigkeiten achten. Ja, also ich würde jetzt hier auf jeden Fall dann ein 120er Gleis nehmen. Und da würde ich dann sehen, okay, das passt nicht. Also müsste bei mir jetzt die Flying Junction ein bisschen hoch und vielleicht noch ein Stück gedreht. Ja. Damit ich halt hier die 120 hinbekomme. Weil, wer meine Livestreams verfolgt, ja, ich bin ja da sehr penibel auf die Geschwindigkeiten ausgelegt. Also ich würde jetzt nicht hier einfach eine 75er Kurve machen. Ja, sondern wenn ich weiß, okay, die Züge sollen jetzt hier mit 120 fahren, dann sollen sie natürlich auch die Möglichkeit haben. So, und jetzt würdet ihr natürlich merken, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, da gibt es aber eine, oder einen ganz einfachen Trick. Und zwar nehmt ihr dann hier euer, euer Geländetool, geht hier ein bisschen runter. Und zack, haben wir das Spiel verarscht. Ja, und können jetzt sagen, ich möchte jetzt hier trotzdem noch eine Brücke bauen. Ich weiß, dafür kann man jetzt auch hier diese, äh, jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht. Dafür kann man jetzt natürlich auch diese hier verwenden. Ich verstehe die Einstellung überhaupt gar nicht, ja. Also, wer sich da mal heransetzen möchte, okay, aber ich baue das, wie gesagt, so. Ich verarsche das Spiel ein bisschen, indem ich da unten halt, äh, die Erde wegmache. So, jetzt weiß ich, okay, hier muss ich auch noch mal ein bisschen wegnehmen. Damit die Brücke noch weiter gezogen wird. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Boah. Dann sehen wir schon, wir können viel später die Brücke runter gehen lassen. Was natürlich zu uns zum gewunsten ist. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir gehen jetzt mal bis hier. Na, oder bis hier. Ich baue immer ziemlich knapp, muss man dazu sagen. Ich baue eigentlich so knapp, wie es geht, würde ich jetzt da hin bauen. Und dann würde das wahrscheinlich nicht gehen. Doch, würde gehen. Ja, da hätten wir jetzt 119. Da würde ich jetzt nur sagen, okay, 1 kmh abbremsen ist noch erträglich, ja. Und schon haben wir das Spiel verarscht, ja. Jetzt kann man hier unten, kann man jetzt wieder leicht angleichen, wenn man es richtig macht. An den Pfeilern gibt es natürlich ein paar Problemchen, ja, aber... Das würdet ihr nachher kaum noch sehen, dass wir hier beschummelt haben. So, und schon haben wir hier eine Auffahrt, wo wir das Gleis hier noch anschließen müssen. Ja, in diesem Fall macht es eine Kollision. Aber, da wir ja dann hier eh in der Bahnhofseinfahrt sind, ja. Ich möchte dir auch mal kurz zeigen. Und zwar werde ich oft gefragt, ja, warum verwendest du jetzt hier auf dieser Strecke immer abwechselnd Das ist halt diese normalen Gleise und einmal diese Hochgeschwindigkeitsgleise. Ganz einfach, ja. Dieses Gleis hat eine maximale Geschwindigkeit von 120. Und je nach Radius verändert sich ja diese Geschwindigkeit. Würde ich das jetzt zum Beispiel jetzt rauslegen auf 90. Und ich merke, okay, 90 ist mir ein bisschen wenig. Und ich nehme jetzt mal hier diese Hochgeschwindigkeitskurve, oder das Hochgeschwindigkeitsgleis, habe ich mit dem gleichen Radius plötzlich nicht mehr 90, sondern 108. Das liegt einfach daran, dass die Züge auf dem Gleis trotz gleichem Radius schneller fahren können. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber aus diesem Grund baue ich immer mal so helles Gleis, mal so dunkles Gleis. Dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, hier ist die Einfahrt jetzt mit 100. Kein Problem. Okay, das ganz hoch war jetzt vielleicht doch nicht so schlau. Da hätten wir auch eine Stufe weniger machen können. Sagen wir mal so. Hätte auch gereicht. Und das war's dann auch schon wieder. Jetzt gehe ich wieder aufs langsame Gleis. Und kann das dann hier noch voll anschließen. In dem Fall würde ich das dann irgendwie so machen. Zack und Zack. Und schon haben wir ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Leben reingebracht. Die Gleise hier unten können die abreißen und wieder hinbauen ohne Probleme. Wenn wir das richtige Gleis erwischen. Wie gesagt, die kann man abreißen und hinbauen ohne Probleme. Und zack, sind wir wieder da, wo wir ja eigentlich hinwollten. Und das wäre schon mal so der erste Punkt. Die meisten würden jetzt ja hier einfach sagen, okay, ich baue hier eine geradische Strecke rein. Und ja, die meisten gefällt es auch. Aber wie gesagt, einfach so ein bisschen hoch, runter, ein paar Weichen rein. Das gehört einfach zu einem Bahnhof. Da weiß ich nicht. Das ist einfach wie das Armen in der Kirche. Das gehört einfach für mich da dazu. Dann würde ich einfach noch so ein bisschen aus Schönbau würde ich jetzt hier noch. Na gut, oder wir können auch hier noch eine Weiche reinsetzen. Da die später ähnlich in Verwendung ist, mache ich die jetzt irgendwie mit irgendeiner Geschwindigkeit. Einfach damit da nochmal eine Weiche drin ist. Damit es noch ein bisschen anders aussieht, kann man ja sagen. Und ja, das würde ich jetzt dann aber doch schon wieder abreißen. Weil mir ist ja noch was aufgefallen, was ihr noch dazu bauen wollt. Also ich würde das dann hier, wie gesagt, mit den 100 fortlaufen lassen. Wie gesagt, soll ja bloß Veranschaulichung sein. Ihr werdet ja hier kaum immer auf die Geschwindigkeiten achten. So, ähm, das nächste wäre dann, dass wir ja auch noch vielleicht irgendwie das Gütergleichs da noch hier rüber bringen wollen. Dann bauen wir vielleicht dann noch eine von diesen Flying Junctions rein. Und ja, das sieht dann bei mir dann immer folgendermaßen aus. Also ich fange hier immer auf dem Weg nach oben an. Und überlege mir, ja, hm, wie soll es denn aussehen? Oh, man könnte jetzt sagen, das sieht jetzt so aus. Mal gucken, dass es auch passt. Na, und dann oben wieder eben machen. Und wichtig ist hier, auch hier müssen wir wieder das Spiel verarschen. Das heißt, auch hier müssen wir wieder sagen, okay, ich gehe hier nach unten. Und wie, ich mache hier immer eben. Und mache hier, ja, einfach mal irgendeine Brücke hin. Das ist mal egal, weil das wird nachher eh nochmal abgerissen. So, jetzt hätten wir das schon mal. Und jetzt könnten wir ja nochmal hier so eine Flying Junction bauen. Weil jetzt werdet ihr sehen, wird die sich auch in die Erde buddeln. So ein bisschen, ja. Und da müssen wir jetzt mal herausfinden, was denn so der beste Winkel ist. Oh, da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen dicht dran herangebaut. Aber den Winkel hier könnten wir dann auch nochmal ändern. Ja. Man könnte es jetzt einfach mal so bauen. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Aber wir könnten ja hier ohne Probleme die Gleise abbauen. Ja, das dritte Gleis habe ich jetzt aus Versehen dazu gemacht. Entschuldigt das. Das sollte einfach, das sollte nicht dahin. So, da wäre es dann auch schon möglich. Das geht nicht. Und das geht nicht, weil es einfach zu steil ist. Du müsst einfach mal ein bisschen dran rumprobieren. Wie gesagt, hier unten könnt ihr die Gleise jederzeit abreißen. Oben leider nicht. Aber unten ist es, wie gesagt, möglich. Bis hier müssen sie, glaube ich, mindestens gehen. Dann könnt ihr hier raus. Oh, das geht sogar. Ja. Wie gesagt, da würde jetzt natürlich die Geschwindigkeit darunter leiten. Okay, da ist jetzt irgendwie die Steigung zu. Wie auch immer das geht, wenn ich das parallel anlege. Ja. Aber es ist anscheinend möglich. Gut. Also einfach mal ein bisschen probieren. Nochmal abreißen. Wieder hinbauen. Aber da kommt schon Leben in die Bude, ja. Kann man so sagen. Da kommt einfach Leben in das Bahnhofsvorfeld. Und das sieht halt einfach, ja, das sieht einfach anders aus, wie wenn man da bloß so gerade Strecken einfach nur hier so gerade Gleise rauszieht, so eins nach dem anderen und dann irgendwo hinlaufen lässt. Ja. Das sieht halt einfach deutlich besser aus, meiner Meinung nach. Oh, dann hätten wir hier noch, könnten wir hier noch sagen, ich lass das jetzt hier hochgehen. Da hat das Spiel manchmal ein Problem hier mit der Terrain-Angleichung. Hier. Aber, hm, na gut. Hier oben kann man leider keine Brücke bauen, aber, ähm. Das könnten wir dann hier hinten dann probieren. Was ihr, äh, falls ihr das auch so baut, ja, wenn ihr diese Flying Junction vertieft macht, dann werdet ihr merken, äh, ich kann ja hier hinten keine Brücke bauen, egal wie. Da gilt es wieder das gleiche, einfach hier kurz danach. Das reicht schon völlig, so einen kleinen Graben machen. Dann könnt ihr hier eure Brücke ziehen. Ja, von mir aus, die braucht ja nicht lang sein, die kann ja bloß so weit gehen. Das reicht ja schon völlig. Dann könntet ihr wieder aufschütten. Dann könnt ihr dann hier hinten irgendwo lang gehen. Ja, könnt ihr dann hier noch, okay, weiter hinten, auf dem Land könnt ihr dann hier noch die Weiche einbauen, dass die Züge dann da auch rüberfahren können. Ja, ihr könntet, äh, hier noch eine Weiche einbauen. Zack. Und, dann könnt ihr zum Beispiel diese Gleise nicht mehr da anschließen, ja, das sollten ihr vielleicht davor machen. Deshalb merkt ihr, okay, äh, jetzt habe ich schon wieder Scheiße gebaut. Ah, jetzt muss das da schon wieder weg. Also, wieder weg. Das muss auch wieder weg. Ja, die Seite muss dann sowieso neu gemacht werden, nochmal. Deshalb immer mit den unteren Gleisen beginnen. Hier hinziehen, zack. Zack. Oh, jetzt werdet ihr merken. Okay. Wie gesagt, das ist immer so der gleiche Trick. Ich, ich versuche immer erst und dann sehe ich, okay, das geht nicht. Also wieder, also wieder, ähm, ja, wegnehmen. Jetzt seht ihr, okay, fehlt immer noch, also immer noch wegnehmen. Das kann man danach alles noch angleichen. Kein Problem. Okay, fehlt immer noch was. Also nochmal was wegnehmen. Fehlt immer noch was. Ja, das ist jetzt ein bisschen Gebastelei, ja, aber so baue ich im Grunde meine Bahnhofsvorfelder. So. Hier war noch eine Weiche drin. Und falls ihr das letzte Tutorial geschaut habt, ja, habe ich ja gesagt, dass ein Zug bei mir immer mindestens von dem einen Doppelgleis auf das andere kommt, ja. Das baue ich hauptsächlich bei Kopfbahnhöfen, ähm, das ist jetzt hier als Vorzeigeprojekt ein Durchgangsbahnhof. Und, wenn ihr wollt, dass ich das Ganze auch nochmal an einem Kopfbahnhof zeige, dann könnt ihr das ja mal unten reinschreiben, ja. Dann baue ich hier oft, sehr oft einfach das Depot hier hin, weil dann kann man hier ohne Probleme dann später Züge auf die Linie schicken. So, dann kann man das noch so ein bisschen parallel hier anlegen. Und kann dann hier sagen, weg damit. Ja, dann geht's jetzt hier zu der Stadt. Und das geht dann hier noch vielleicht noch ein bisschen weiter. Geht da vorne rein. Dann kommt hier noch eine Weiche rein. Upsa. Geht nicht? Okay. Bau nicht möglich? Ah, jetzt. Alles klar. Ja. Also, man sieht, ähm, pfff, das Spiel ist natürlich bugfrei. Sieht man ja. Also, ich geb den Zug halt immer irgendwie die Möglichkeit, äh, von jedem Gleis irgendwo hinzukommen. Zumindest mal die so nebeneinander liegen. Da gäbe ich auf jeden Fall dem Zug die Möglichkeit, dass er auf das neben ihm liegende Gleis kommen kann. Ja. Dann können wir hier noch eine Weiche bauen, die bis hier vorführt. Zack. Dann kommt hier wieder ein Depot hin. Oh, er ist zu dicht gebaut. Ja. Aber dann hat man halt die Grasflächen nicht. Da gibt's auch einen schönen Mod, ja, wo man die Grasfläche hier anmalen kann. Aber benutze ich eigentlich sehr selten. Weil ich finde jetzt die Farben nicht wirklich schön, muss ich sagen. Ja. Dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel noch sagen, ich geh jetzt hier rein, wenn die Steigung jetzt nicht so krass wäre. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel reingehen. Und könnte sich hier das Gleis noch rausziehen. Was auch möglich ist. Nicht das Gleis erwische hier. Was auch ziemlich cool ist. Man kann hier unten ohne Probleme Weichen bauen. Sehr, sehr cool. Ja. Oben geht's natürlich nicht, weil das hängt irgendwie beim Mod zusammen. Also oben kann man auch nicht einfach die Gleise abreißen. Aber unten geht das alles. Das ist schon mal 50% der Miete, ja. Sagen wir mal so. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Dann könnte man hier noch sagen, ich möchte dem Zug das erlauben, dass sie hier rüber geht, ja. Also, ich weiß, die meisten würden ja jetzt einfach sagen, okay, ich baue jetzt hier geradlinige Strecken hier raus, ja. So. Brauchen wir das mal ab. Ja. Die nehmen jetzt hier die Gleise, ziehen die hier gerade raus. Und führen die dann irgendwo hin. Hm. Finde ich, muss ich sagen, sehr hässlich, ja. Ja. Ich weiß nicht so wirklich. Also, ich lege dann auch gerne mal mehrere Linien auf so ein Doppelgleis, ja. Macht mir überhaupt nichts aus, wenn dann mal ein paar Züge hier vor dem Bahnhof warten müssen. Äh, das finde ich sogar eher schön, wie wenn da jedes, oder jede Linie ihr Doppelgleis hat. Das, ich weiß nicht, das finde ich einfach total hässlich, muss ich sagen. Also, ja, ich hoffe ihr versteht das jetzt, ja. Aber, die mal, die bauen dann hier ihre Weichen rein, haben dann hier nur 42, ja. Also, ich habe ja dann grundsätzlich im Bahnhof, also in so einem Durchgangsbahnhof habe ich hauptsächlich 60. Vielleicht bei Fernverkehrsstrecken mal 80 oder 100, ne. Aber wenn man jetzt mal hier überlegt, für 60 bräuchte ich jetzt hier so viel Platz für eine Weiche. Äh, das ist halt brutal viel. Da braucht man halt extrem viel Platz, dass die Züge mal von der Seite hier rüber kommen. Naja, gut. Aber man kann halt hier, hm, geht nicht. Aber man könnte hier Doppelkreuzweichen einbauen. Aber, bringt natürlich nicht viel. Aber, wie gesagt, diese Flying Junction sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn ihr eure Map verschönern möchtet, kann man ja auch sagen. Sie werden bald auch als Curved verfügbar sein, also diese Strecke hier oben gecurved, die untere Strecke gecurved, wie ihr möchtet. Ich habe schon mit ihm geredet, das möchte er zeitnah einfügen. Finde ich auch ziemlich cool, dass er so viel an seinen Mods herumspielt. Ja, er ist auch, muss ich sagen, extrem schnell bei den Bahnhofsmods. Also, ich kenne im Forum irgendwie keinen, der so schnell an seinen, an seine, äh, ja, Erfolg an seinen Bahnhofsmods hatte. Also, das ist echt krass, muss man echt sagen. Ja, dann baue ich halt hier noch eine Weiche ein. Und, okay, dann würde ich vielleicht weiter oben starten. Zack. Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel. Der Zug könnte von hier kommen, könnte ich hier reinfahren, Zwischenstation machen und könnte dann rückwärts wieder weiterfahren und könnte zum Beispiel in diese Richtung weiterfahren. So gebe ich halt dem Zug, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich was gesagt, weil das ist für mich schon Standard, hier irgendwelche Weichen reinzubauen, ja. Auch wenn, gut, die macht jetzt hier keinen Sinn, diese Weiche hier, weil sie ja da vorne wieder zusammenkommt. Aber man könnte zum Beispiel hier sagen, hier geht's jetzt zu irgendeinem, zu irgendeinem Betriebsbahnhof, ja. Da macht man hier ein paar Abstellgleise hin. So. Zack, zack, dann kann man ja hier, entweder kann man ja dann wieder den Mod hier verwenden, dass man hier Abstellgleise hat oder man holt sich ein paar, ups, man holt sich ein paar Depots. Und, wie ihr möchtet, ja, ich baue hauptsächlich hier mit diesen. Und, ähm, ja, man, es kann ja auch vorkommen, dass ihr, wie soll ich das jetzt nennen, dass ihr gleiche Weichen innerhalb von einem Strang habt. Also, ihr habt jetzt zum Beispiel hier eine Weiche und diese hättet ihr zum Beispiel auch noch hier. Dann hättet ihr sogar verschiedene Möglichkeiten hier rüber zu fahren. Und, das könntet ihr auch beheben. Dazu sehr zu empfehlen. Moment, dann möchte ich das hier mal kurz schnell umbauen, damit man das auch gut sieht. Weil jetzt hätte der Zug die Möglichkeit, hier schon rüber zu fahren, auf das ganz rechte Gleis hier oder erst hier hinten. Und der Zug sucht sich ja dann logischerweise auch den schnellsten Weg raus. Und wenn man das jetzt mal hier anschaut, wenn ich jetzt hier noch einen Bahnhof hin platzieren würde. Äh, Moment, Moment, Moment. Ja, wenn ich jetzt hier sage, ich platziere noch einen Bahnhof und würde jetzt einfach mal eine Linie machen, würde sagen, die geht von hier nach hier. Würdest du natürlich erstmal die kürzeste Strecke raussuchen. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt auf dieses Gleis hier drüben. Ja, das heißt, wir tun nach Leer. Nehmen wir dieses Signal mit rein. Ja, okay, aber wir haben noch keine Strecken. Äh, wir haben noch keine Signale auf der Strecke. Das heißt, wir machen hier erstmal ein Einfahrsignal. Gut, die Bahnhofssignale bräuchten wir jetzt nicht. Aber dann setzen wir hier noch ein Einfahrsignal rein. So. Aber wir sehen, hm, 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 hm. Der Zug nutzt ja immer nur noch ein Gleis. Dazu empfehle ich euch hier diesen Mod für die unsichtbaren Wegpunkte. So, wir wissen, okay, ich möchte jetzt den Zug auf dieser Strecke reinfahren lassen. Ist ja alles okay. Ja, zur Absicherung könnte man jetzt hier nochmal einen Wegpunkt reinsetzen. Und könnte sagen, nach Leer Süd nimmst du diesen Wegpunkt. Den muss man, wie gesagt, suchen. Zack. Aber zurück zu es nimmst du bitte den anderen Weg. Das heißt, wir nehmen hier wieder unseren Wegpunkt. Na, hier sehen wir zum Beispiel, er würde erst hier hinten zweigleisig fahren. Ja, aber das möchte ich zum Beispiel schon früher haben. Dann setze ich einfach mal hier einen Wegpunkt rein und sage nach dem Signal in Leer. Fahrst du mal wieder über diesen Wegpunkt. Ja. Jetzt sieht man, okay, er nimmt immer noch die hintere Weiche. Ja, also müssen wir hier leider doch nochmal einen Wegpunkt setzen. Gibt es dir den noch mit dazu. So. So hätten wir unsere Linie. Und die würde nie anders laufen, weil sie genau diesen festen Weg hat. Sie hat genau den Weg, zum Beispiel nach diesem Bahnhof dieses Signal zu verwenden. Das heißt, die Linie würde niemals in einen von diesen Gleisen in den anderen Gleisen fahren. Weil, wie gesagt, das liegt ja nicht in ihrem, oder in dem Linienplan drin. Deshalb immer, wenn es nötig ist, Wegpunkte setzen. Dazu empfehle ich sehr diesen unsichtbaren Wegpunkt Mod. Und es gibt auch unsichtbare Signale. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und ja, das war's hier mal von dem Bahnhofsvorfeldbau. Ihr seht, es ist so ein doch schon etwas komplizierteres Bauunterfangen in 40 Minuten nun. Ein sehr langes Tutorial. Ist nun wirklich in 40 Minuten gemacht. Und da bauen andere in 40 Minuten nur so ein paar gerade Gleise hin. Ich weiß, es ist ein bisschen auch die Erfahrung und auch die viele Spielzeit, was ich mittlerweile schon habe, von Trainfever auch rübergenommen natürlich. Ja, kämpft euch ein bisschen rein. Überlegt schon so ein bisschen im Vorfeld, was möchte ich denn jetzt bauen? Ja, wie möchte ich die Linien führen? Weil das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich das vorher überlegt und nicht erst beim Bauen. Weil dann überlegt man, dann denkt man, okay, ich ziehe jetzt hier die geraden Gleise raus. Und dann... Ne, immer vorher überlegen. Ja, und überlegt euch auch immer. Okay, weil die Güter müssten ja vielleicht dann auch irgendwie darum... Ja, warum macht's nichts? Zieht's einfach dahin und dann hat's sich's, ja. Dann kann man hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt hier raus und möchte jetzt hier zu der Industrie. Zack, zack. Und von der anderen Seite möchte ich natürlich die Kohle hier haben. Und dann fährt der Zug hier unten durch, anstatt dass ich jetzt hier ein extra Gleis habe. Finde ich viel schöner, weil dann wird hier erstmal die Hauptstrecke hier verwendet. Und umso mehr Züge an meiner Hauptstrecke fahren, desto schöner finde ich das. Und deshalb lege ich auch gerne Güterzüge und Personenzüge auf eine Strecke. Ich sag da immer, ja, warum nicht? Es gibt's ja im Echten auch. Ja. Warum sollte man das jetzt hier im Spiel nicht machen? Ja, außer man spielt vielleicht auf Profit. Dann würde ich das natürlich eher nicht empfehlen. Ähm, aber jeder, jeder andere, der Schönbock betreiben will, ja, oder möchte, der kann das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Ähm, meine Ideen, ja. Wie, ich hab ja auch vorhin noch hier diesen Mod reingeladen. Und da könnte man jetzt auch noch ein bisschen dran rumspielen. Ähm, man könnte, man hätte jetzt hier die Bahnköpfe. Ich muss mal sagen, wo ist denn die Bahnköpfe hier? Ja. Nehme ich mal hier mein Lieblingsding. Und dann könnte man das hier noch ein bisschen verzieren, wenn man möchte. Ja. Es ist leider noch so, dass es hier so stufenmäßig aussieht. Ähm, dann könnte man zum Beispiel auch eine Brücke nehmen, wo man jetzt nicht unbedingt hier diese Mauern noch sieht. Ja, aber so könnt ihr dann die ganzen Sachen verzieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dieser, äh, Flying Junction auch, äh, den gleichen Ton geben. Hier diesen Beton Ton könnte man überspielen. Aber das alles wann anders. Das Video ist eh schon lang genug. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es um die Bedeutung der Signale geht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja. Lasst Feedback da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.